Leute, ich bin in Nürnberg und natürlich müsste ich als erstes mein Lieblingssushi essen kommen. Ihr wisst ja, dass ich in Nürnberg meinen Lieblingssushi-Laden habe und das ist mit Abstand beste Sushi. Und ich habe hier einmal noch extra Teriyaki-Soße. Das sind zwei meiner Lieblingsrollen. Ich hoffe, ich will von mir essen. Oh mein Gott, ich habe das so vermisst. Ich habe dann noch hier einmal Salmon-Tartar. Ist geil, ne? Schmeckt wirklich so gut. Ich sage mit Abstand, beste Sushi. In Nürnberg angekommen als erstes direkt so. Allein wegen Sushi komme ich öfters nach Nürnberg. Sehr schön.